Werfen Sie einen Blick auf diese wunderschöne Gartenpflanze. Haben Sie die Pflanze bereits erblickt, ja? Und was sagen Sie? Beeindruckend, nicht wahr? Ich finde sie hässlich. Was? Wie bitte? Ja, die ist hässlich. Einfach hässlich. Sie wissen wohl nicht, was für eine Pflanze da vor Ihnen steht. Das ist eine Hibiskus Domilonitus arus. Aha. Eine absolut wunderbare Pflanze. Eine außergewöhnliche Kreation der Schöpfung. Eindeutig etwas Besonderes. Ich finde sie ganz normal. Was? Nur irgendwie hässlich. Wie bitte? Wie können Sie behaupten, dass diese Pflanze hässlich sei? Nun, ich weiß nicht. Sie haben ja nicht einmal Argumente. Nun ja, also, ich finde sie nun mal einfach sehr unansehnlich. Hässlich eben. Es tut mir leid. Sie ist aber nicht hässlich. Warten Sie. Ich werde es Ihnen vorrechnen. Aha. 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 Was sagen Sie nun? Nun ehm... Hm... Hm... Keine Scheu. Ich finde sie immer noch hässlich. Musik